jetzt haben wir mal hier die frühlings tage sind so schön um zu hause zu sitzen deshalb sucht er 49 raucher sie für gemeinsame unternehmung kino theater bistros spaziergänge und so weiter das ist schon okay und ich will jetzt nicht irgendwie so schlecht machen und so aber ich sage mal selbst wenn ich 49 bin habe ich noch irgendwelche kumpels oder freundeskreis wo ich irgendwie was unternehmen kann im endeffekt geht es doch nur um